Ja, ich muss schnell hier die Löcher stopfen. Shit, hier ist kalt. Ach so, Gott. Hast du die Decke übergelegt? Ja, warte. Erstmal so fett eingehutet. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Ja, du hast bestimmt gegugelt. Was? Ich hab nicht gegugelt. Ich kann das. Ja, ich muss was einfach machen. Wann? Nein. Ich kenne Frau und Frau Klose schon ihre Tricks. Was für Tricks? Komm, sing mit. So, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Spielen. Hottenspitz jetzt. Mit den 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Was? Sicher, dass du nicht was eingenommen hast? Ja. Statt irgendwas eingepackt? Nee, es... Warum... Was ist jetzt da? Falscher Bildschirm. Hallo! Nein, ich habe tatsächlich nichts eingepackt. Ich habe einfach eine gute Laune und anscheinend zu gute Laune. Ach so, warum hast du so gute Laune? Weiß ich doch nicht. Weil ich dir Bilder geschickt habe, oder was? Ja, wegen deinen wunderhübschen Bildern von der wunderschönen Landschaft, die mich einlädt, zu dir zu kommen, um dort hinzureisen und diesen Weg zu beschreiten. An den wunderschönen Bäumen vorbei. Ich kann dir ja die Karte vom Mittelerde schicken, dann vielleicht findest du mich ja... Ja, wer will ich denn? Ich mag dir dann auch meine... Ich mag dich... Ich mag... Ich mag... Du magst dann für mich das Ziel, so, okay? Genau, genau. Erstmal musst du nach Auenland kommen. Okay, okay, okay. Wieso ist denn... Was ist... Wieso habe ich falschen Bildschirm? Aber warte, ich muss mal die Decke hier wieder. Scheiße, Mann. Ja, stopp dein Loch einmal. Scheiße, Mann. Warte mal, ja, ohne Scheiß. Mann, Alter, die Mumie kehrt zurück. Oh, geil, alle Löcher sind gestopft, Lisa. Wie geil ist das? Fühlt sich gut an, ne? Ja, richtig richtig. Oh, du eklige. Nein, jetzt einen Moment mal. Ja, ja, jetzt einen Moment mal, ist klar. Und schon ist sie schwanger. Also, was habe ich? Ich habe eine... Stufe 20 ist anscheinend... Das ist anscheinend mittlerweile nur noch Maximum. Die haben das runtergestuft, ja. Ja. Also, das ist 20. Ich habe halt verschiedene, aber ich kann auch neun mit dir zum Anfang. Ja, welchen will man machen? Ich werde mal erst einen neuen Charakter erstellen. Ich kann noch einen erstellen. Wow, nice. Ich dachte, ich habe so viele gehabt, weißt du? Ach so. Egal, aber ich kann, ich kann, ich kann, Schleuz. Das wäre es, die ganze Zeit gewartet und dann könnte man nicht spielen. Den hätte ich eingewischt. Extra für dich, just for you. Ich nehme einen Baden. Was du nimmst, weiß ich nicht. Ja, wenn schon, machen wir dann. Dann nehme ich den auch, ist doch egal. Ja? Aber einer macht's ja... Ach so, mir ist egal. Oder was soll ich machen? Du bist doch immer hier so ein... Eigentlich sollte ich Baba spielen, weil das ist mein Nachhinein. Wollte ich gerade sagen, Baba ist doch für dich genau richtig. Halt den Wund. Bade? Gehst du baden? Ich gehe baden mit meinem Baden. Der Fruchtmatsch. Hey, Zugriff zulassen. Ich heiße Fruchtmatsch. Echt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Fruchtmatsch. Fruchtmatsch. Es geht los, es geht los, es geht los. Oh, ich liege hier. Escape. Gedrückt halten. Whoopsie. Ich wache gerade auf. Neverwinter. Ich sehe aber komisch aus. Hallo. Du bist doch schon tot, Markus. Markus, der ist doch tot. Mensch, schieß doch nicht drauf, Markus. Aber hier ist auch ne Quiz, ne? Oder was sind das? Weiß ich nicht. Ja, das ist mir einfach ein bisschen. Geh jetzt erstmal kurz raus aus Protectors Enclave. Ja, Mann, ich auch, Alter. Wart auf mich. Wehe, du gehst ein bisschen zu schnell. Wo bist du? Enclave. Wo bist du? Ich bin im Ladebildschirm. Du weißt, ich habe einen Kartenöffel in meinem Rechner. Ja, war mir jetzt nicht bewusst, dass das, äh... Warte mal, warte mal. Warte mal, bleib mal so stehen. Warte mal. Warte mal. Du weißt, du weißt ja gar nicht Fruchtmatsch. Jetzt geh ich auch... Warte, jetzt geh ich aus der Tür raus. Mal gucken, ob ich dich hier im Ladebildschirm treffe. Ich bin draußen. Du auch, gut. Ja. Können wir weiter. Gucken, ob wir uns im Ladebildschirm treffen. Du hast doch gesagt, du Bauarbeiter oder weiter? Ja, können wir weiter. Okay. Wie Bauarbeiter. Keine Ahnung. Ich schluss ja, Alter, irgendwann mal. Sag das jetzt lieber nicht. Wie die Hornwaschenkind. Nein, ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich sag's lieber nicht. Okay, jawoll. Das ist ein bisschen zu sexistisch gewesen sonst. Was? Nee, dann lass das. Halt das bei dir, Junge. Ja, ja, genau. Na, sehr schön. Achso. Ich sehe in die Sterne... Vögel fliegen. Oder so. Soll hier lang. Mein Questwart sagt, folgen Sie dem Pfade. Auf dem ich wandle hinfort mit all seinen, was ich vorbeilaufe hier. Da. Moment, ich hab keine Ahnung von dieser Schiene. Ich fühl mich los. So. Pass auf. Wir müssen. Doch, doch, doch. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ey. Ich hab schon wieder Never Death, Free Tofisch, doch gar nicht. Jetzt sag mal auf, ey. Was, ey, ich mach doch gar nichts. Ich bin doch hier. Gut. Wir gehen jetzt, äh, folgen Sie mir. Ja, komm. Wir müssen mal keine Idee. Follow the leader, 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 follow the leader. Was?